Heute wird Frieden zwischen Ihnen und Ihrem Ehepartner oder Geschäftspartner herrschen. Sie werden beide verständnisvoll und geduldig sein und sich darum bemühen, das Gesagte richtig zu verstehen. Es ist ein geeigneter Tag, um Ihre Erwartungen auszusprechen. Es ist Tag des Jupiters. Der im Zeichen Fische fortschreitende Mond wird in den ersten Stunden des neuen Tages um 0.37 Uhr ein Sechseck mit dem Pluton im Zeichen Steinbock bilden und sich anschließend den ganzen Tag im Leerraum befinden. Heute könnten wir uns übertrieben sensibel, emotional und melancholisch fühlen. Allgemein könnten unser Nervensystem, Immunsystem und unsere Füße sehr empfindlich sein. Wir könnten uns spirituellen und künstlerischen Beschäftigungen widmen und uns somit geistig entlasten und entspannen. Veränderliche und ungewisse Energien könnten unsere alltäglichen Erledigungen verlangsamen und es uns erschweren, Resultate zu generieren. Deshalb wäre es sinnvoller, wichtige Dinge, Besprechungen und Einkäufe auf morgen zu verschieben. Vielen Dank. Vielen Dank.